So Leute, wir machen jetzt was ganz anderes, nämlich wir spielen einen Dashboard. Ich weiß, ich habe es schon lange angekündigt, aber jetzt machen wir es wirklich mal. Denkt dran, oben rechts steht der Code 016791870380, ganz oben im Bild, unter meinem Namen steht er. Also, wenn ihr meint, ihr werdet schneller als ich, gerne auch das Ganze nachprobieren. Ich habe es eben schon mal gemacht, da hatte ich eine Zeit von 8 Minuten, aber wir wetten schon mal jetzt. Ich werde keine 8 Minuten nochmal hinkriegen, weil ihr wisst ja, Aufnahme ist immer was anderes, als wenn ihr einfach so das Verfahren spielt. Dann habe ich einen Sprung, den kriege ich zur Zeit einfach, diesen Sprung, ich kriege ihn nicht direkt hin. Es ist echt ein Phänomen, ich habe die Aufnahme schon dreimal neu angefangen, aber ich kriege diesen Sprung, save, loot, als direkt hin. Aber, jetzt hat es natürlich geklappt. Und denkt dran, wenn ihr Bock habt, mehr so Dashboards zu haben, einfach ein Like da lassen, in die Kommentare schreiben. Wenn ihr gute Dashboards habt, wie in Anführungszeichen oder so, die nicht ganz so lang dauern und auch nicht ganz so schwer sind. Einfach mal unten rein schreiben, weil dann werde ich es natürlich auch mal probieren. Das war es wieder komplett. Wie gesagt, ich versuche einfach die Zeit von 8 Minuten einfach nochmal hinzufügen. Ich kriege hier einen Anfang. Diese Nervösität, weil ich weiß, es ist eine Aufnahme. Also, da sind meine Freunde, die Impulsgranaten, man kennt mich. Also, Impulsgranaten sind echt so mein großes Manko. Oh, es hat mal direkt geklappt. Dieses Ding geht mir nämlich auch immer auf den Keks. Weil, gefühlt lande ich da drauf, aber es zählt nicht. Nein, zu früh abgesprungen. Glück gehabt. Nein. Oh, Mann. Das Problem ist der Zeitdruck, weil ich halt natürlich unter die 8 Minuten kommen will. Aber ich glaube, wenn ich nicht die Impulsgranate gleich perfekt hinkriege, dann komme ich nicht unter 8 Minuten. Komm schon, komm schon. So, hier kann man einfach durchbrennen. Da kann man nicht einfach durchbrennen. Und wenn das ein First Try hinkriegt, wird weg. Weil, es ist so irritierend, weil man einfach frisch hochkommt. Ah, hier müsst ihr aufpassen, am Auto. Weil, ihr könnt nicht in der Mitte vom Auto hoch, sondern müsst halt wirklich... Oh. Ihr müsst da rechts am Auto hergehen. So, jetzt das hier bitte auch wieder instant direkt. Dann müsst ihr den Gleiter direkt ziehen. Aber ich glaube, es müsste gezählt haben. Und? Nein. Was ich springe im Dreck? Ich war doch oben, wollte mich verarschen. Mann, Mann, Mann. Ich bin echt mal gespannt, wie schnell ihr seid. Wir hatten ja einen dabei, der konnte das richtig gut. Aber wir haben auch welche dabei, die verzweifeln. Aha. So geht's doch. Aha. Ich hoffe, das war kein Fehler. Zack, zack. Easy clappen kann. Oder wie Coco sagen würde, clipper-taktik. So. Hier einsteigen. Gas geben mit R2. Man kennt's. Ich will immer mit X Gas geben. Also können Tourismus zeigen. So. Hier war die Kappe. Ich will keine Zeit verschwenden. Na. Noll. Geh doch einfach da hoch. Hopp. Hopp. Wollt ihr mich hier verarschen? Aha. Hier ist doch... Oh. Ich sage, ihr müsst die Kamera auch richtig einstellen. Das ist echt... wenn ihr hier falsch runterguckt. Och Mann, bleibt doch nicht deine Ecke reingen. Ich sage, ich schaffe die 8 Minuten nicht. Safe. Ich werde es danach nochmal probieren. Ich wette, dann habe ich noch versucht. Och, das kann doch jetzt nicht Spaß sein. Hier, der blöden Bandai. Ich habe noch ein bisschen mehr gebraucht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Perfekt. Ja. Eif. Gut. So, jetzt kommt ein spannender Moment. Meine erste Impulsgranate. Eben hat alles saved. Mann. Ihr habt schon gemerkt, Impulsgranaten sind bei mir so ein Thema. Was? Ich bin doch nicht dagegen. Die Sprünge hasse ich auch. Nein, 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 bitte. Ja, ey. Nice. Das sieht jetzt ganz gut aus. Das Ding kriege ich auch nicht immer direkt. Immer erst im zweiten oder dritten Versuch. Weiß nicht warum. Das ist so nervig, dieses Teil. Obwohl es eigentlich so simpel ist. Einfach drauf landen. Fertig. So, hier ab aufs Auto. Noch mal aufs Auto. Noch mal aufs Auto. Noch mal aufs Auto. Zack. Hier ziehe ich immer ganz leicht das Joypad zurück. Woop. Gut. So, ich glaube jetzt kommen die Scheren. Und, 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 und. Ja, auch Zischung gewesen. Eben im ersten Versuch. Jetzt natürlich nicht. Man kennt es. So, das ganze noch mal. Och, geil. Hab ich jetzt die selben Probleme wie früher. Sonst habe ich immer das Problem inzwischen nur noch wenn ich auf dem Auto gehe. Das war die beste Kurskannate der Welt. Zum Lachen bitte ruhig sein. Dankeschön. Ich brauch keinen gespürt. Das sieht gut aus. Ich hab einfach vergessen zu springen. Man kennt es. Warum soll man noch springen? Eben echt im First Strike. Ja, ja. Aha. Und die, die im Stream damals dabei waren, die wissen, wie lange ich mir diese Kacke da gebraucht habe. Gerade Moonlight hatte damals schon einiges an Spenden rausgehauen. Nur damit ich eventuell ein bisschen schneller werde. Boah, das war knapp. Oh, 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 oh. Äh, was war hier nochmal? Ach, die Dänischen-Dinger. Ja, die Dänischen-Dinger von so... Die sehen einfach aus, aber... Äh, hier war die Kanone. Hey, hier hat's Kuchen immer hängen geblieben. Man kennt's. Und wie gesagt... Sonst komm ich ja immer First Strike durch. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche kurzen Death-Rods habt, gerne hergeben damit. Ihr werdet natürlich auch im Video erwähnt. Also in dem Sinne, guckt mal ein bisschen rum, was ihr so findet. Die Death- aren't machen schon Laune. Do, oh, aber wenn wir nochensоло èСп Ja,8 Minuten hat's jetzt schon die Sache. Eben, war also deutlich schneller. Aber es sieht's aus. Förbiere jetzt mal... Neräge Möglichkeit! Wir ребята noch haben jetzt nicht zu genießen. rein joinen, so jetzt easy clap, easy, easy, das war wirklich easy, zack, 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 so unter 10 Minuten wird ja was passieren, so jetzt nur noch hier durch, 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 zack, hier weil ich auf dem Markt mal riesen Probleme hatte, die Sprüge kriege ich komischerweise easy, so jetzt fehlt mir eigentlich nur noch, äh, wie viel mir eine Münze, hä, wie fehlt mir eine Münze, doll, aber ich sag mal, wir haben es geschafft, bei 8 Minuten noch was, also sag mal so 8 Minuten, aber wo hab ich denn eine Münze vergessen, warte mal, wo war meine Seite, das wünsche ich jetzt wissen, habt ihr irgendwo gesehen, wo ich eine Münze liegen gelassen habe, weil wie kann ich den durchkommen, ohne die Münze zu nehmen, warte mal, hier hab ich, da hab ich, gucken, da unten hab ich, die hab ich, sehen wir sie hier irgendwo, das hab ich auch nicht hingekriegt, und wo wir das im Stream gemacht haben, hat es auch keiner geschafft, also die Münze hat in der Regel immer gezählt, aber ich sag einfach mal, knapp in 9 Minuten geschafft, schreibt einfach in die Kommentare, wie schnell wart ihr, und wenn ihr Bock habt, da drauf, mehr davon zu sehen, einfach ein Like da lassen, schreibt in die Kommentare, und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein!